Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 30 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 445 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.